moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr hier in diesen glitch spot kommt und zwar müsst ihr hierfür erst einmal strom und packer punch aktivieren und danach sammelt ihr alle drei etascope teile und baut es zusammen damit die anomalie in der krankenstation überhaupt spawnt so wenn ihr das gemacht habt geht in die krankenstation klettert hier aufs geländer und dann leute müsst ihr auf die anomalie zu springen und noch mal auf springen drücken um hochzuklettern so das war's leute ganz wichtige info wenn ihr dann auf diesen spot hier seid müsst ihr immer wieder mal zwischen durch springen weil die zombies euch sonst abwerfen ich hoffe euch hat das video gefallen leute falls ja lasst doch ein like da schreibt mir doch in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal